Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungstechnologien Reihe sozusagen. Heute geht es um die erste Kategorie von Wallets und das ist so ein bisschen die simpelste Art von Wallets, deswegen wird auch wahrscheinlich das Video sehr sehr kurz werden und zwar die sogenannten Non-Deterministic oder Random Wallets. Non-Deterministic bzw. ich nenne es jetzt ab sofort Random Wallets sind einfach wirklich eine Sammlung von zufälligen und unabhängig generierten Schlüsseln. Das heißt, ihr generiert einfach so wie wir es zum Beispiel jetzt im Python Video gesehen haben, generiert ihr euch eure Schlüssel und dann war es das eigentlich auch. Das heißt, ihr könnt so viele Schlüssel machen, wie ihr wollt, klar, aber ihr müsst jeden Schlüssel separat abspeichern. Also sagen wir mal, ihr wollt ein Backup erstellen von eurem kompletten Wallet, dann habt ihr ein Problem, denn ihr müsst wirklich jeden Schlüssel speichern und das kann sehr sehr viel werden. Nehmen wir einfach mal an, ich bin Amazon und ich will meinen Schlüssel, also ich habe für jede Zahlung einen Schlüssel, das heißt für jede Bitcoin Zahlung habe ich einen Schlüssel generiert, was man ja machen sollte, haben wir ja letztes Mal geklärt und jetzt muss ich tatsächlich jeden Schlüssel backupen, denn ansonsten sind vielleicht meine ganzen Funds verloren. Also alle Bitcoin, die ich eingenommen habe, sind verloren, weil mein Wallet zum Beispiel irgendwie kaputt geht oder sowas und ich kein Backup von meinen Schlüsseln habe. Also muss ich jeden Schlüssel speichern und das können bei, sagen wir mal, einer Million Schlüssel schon einiges an Festplatte ausmachen. Es ist zudem auch ziemlich unpraktisch, weil man jetzt hier wirklich auch jeden Schlüssel wieder importieren muss und so weiter und so fort. Da braucht man einen sehr sehr fähigen Wallet. Ich meine, die müssen ja auch irgendwie alle zur Laufzeit gehalten werden, so ein bisschen zumindest und das dann wirklich zu machen, das ist erstmal eher unpraktisch. Deswegen sagt man sich, okay, Non-Deterministic Wallets sind vielleicht für den Privatgebrauch gerade noch so okay, wenn man wirklich sehr wenige Zahlungen hat. Aber es gibt einfach viel, viel bessere Alternativen, das heißt cleverere Alternativen von Wallets tatsächlich. Und ja, aber tatsächlich Bitcoin Core, das heißt der Client, den ihr installiert, wenn ihr den kompletten Standard mit installiert, also da habt ihr auch wirklich die komplette Blockchain bei euch, habt ihr alles mit, der liefert euch tatsächlich ein Random Wallet. Und ja, zu kurz zu Bitcoin Core möchte ich noch sagen, wir werden in dieser Tutorial-Reihe kein Bitcoin Core installieren, weil ich einfach nicht irgendwie 128 GB Festplattenspeicher übrig habe tatsächlich und weil das Ganze auch circa zwei Wochen zur Installation braucht. Das heißt, seid mir bitte nicht böse, wir werden hier auf andere Clients zurückgreifen und die benutzen. Also kein Bitcoin Core in dieser Reihe, zumindest vorerst nicht. Wenn ihr natürlich alle sagt, hey, wir wollen dringend Bitcoin Core haben, dann keine Ahnung, was ich dann mache. Dann schauen wir mal, dann werde ich euch wahrscheinlich Dotzin Bitcoin Core vorstellen. Aber ansonsten wahrscheinlich kein Bitcoin Core hier. Es gibt viel, viel bessere Wallets und viel, viel bessere, keine Ahnung, alles ist besser. Abgesehen davon, wenn ihr eine komplette Blockchain haben wollt, dann könnt ihr natürlich Bitcoin Core nehmen. Okay, und das war es auch schon wieder für heute. Wir hören uns eigentlich schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.